Moin, hier ist Miro von Olight und wie ihr im Videotitel schon gesehen habt, es geht heute um eine Spendenaktion zugunsten der Betroffenen in den Regionen von Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen, die besonders stark vom Hochwasser betroffen sind. Wir haben uns deshalb entschieden, die i5T EOS hier mit 30% Rabatt morgen in den Sale zu nehmen auf olightstore.de natürlich. Link ist auch unten in der Beschreibung und wir werden sämtliche Einnahmen, die aus diesem Modell generiert werden, an dem Tag spenden und zwar an Aktion Deutschland hilft. Das Geld wird dann wiederum Hilfsorganisationen wie dem Arbeiter-Samariter-Bund oder den Johannitern zur Verfügung gestellt. Wir haben uns dazu entschieden, die i5T besonders in den Sale zu nehmen, weil wir denken, hierbei handelt es sich auch um ein Modell, das man gut verschenken kann, falls ihr schon diverse Lampen von Olight habt oder aber auch falls ihr dieses bestimmte Finish noch nicht habt, dann ist es auf jeden Fall eine gute Sache. Der Verkauf startet heute um Mitternacht und läuft dann bis morgen um Mitternacht und ich erzähle euch nochmal ganz kurz ein kleines bisschen was zur Taschenlampe. Die i5T hat bis zu 300 Lumen in zwei verschiedenen Helligkeitsstufen. Bedient wird sie hier über den Endkappenschalter, der ist gummiert und sehr gut ertastbar und sie erzeugt einen gleichmäßigen schönen Strahl. Ihr habt es gerade gesehen und draußen zeige ich euch das Ganze auch noch einmal. Da hat man also durchaus einiges an Licht und das obwohl diese kleine Taschenlampe nur mit einer einfachen AA-Batterie betrieben wird. Durch den bidirektionalen Pocket Clip kann sie sehr flexibel angebracht werden und das geringe Gewicht und die geringe Größe machen sie wirklich für jede Tasche geeignet. Wir hoffen mit der i5T ein schönes kleines Universalmodell erwischt zu haben, das viele von euch vielleicht interessiert, vielleicht ja auch als Geschenk und 30% Rabatt zusätzlich zum guten Zweck. Das ist hoffentlich ein schöner Anreiz für euch und wir können gemeinsam etwas Gutes tun. Wie gesagt, den Link zum Sale findet ihr unten in der Beschreibung, genau wie natürlich einen Link zu der Organisation, an die das Geld am Ende dann fließt. Wenn ihr auf unseren sozialen Medien Olaid Deutschland abonniert habt, dann werdet ihr auch sehen, was mit dem Geld passiert ist, also die Spendenquittung und so weiter und ich werde die dann auch in einem Live-Video nochmal zeigen. Ja, ich hoffe, ihr erscheint morgen bzw. heute ab Mitternacht zahlreich auf unserer Webseite und kauft eine i5T in Stardust und wir sehen uns dann im nächsten Video schon bald. Allzeit gutes Licht!